2k sports in the cornferry tour a proud to bring you today's event today's coverage of the east coast classic is about to begin ohne hilfe ich versteh dich dran ich hab ganz schlechter empfang zu der füge in der near future yes they've got two wins on the season already so they're guaranteed to finish in the top 25 and get on the pga tour but another win would increase their chances of getting higher status for next year's rankings can't wait to get into the action very excited to see how this player fares today ohne hilfen können wir gerne an aber machen den habe ich aber hey nice looking line pretty good chance he is man shitey well that holds behind us more to play starting the round at even par here we are at the second tee fuck heck wieso was war denn jetzt nicht family friendly was habe ich denn gesagt weil ich fucking sagte und da sieht er den auch das ist da oh du bist du wonst du görünst u let's see what happens here at the third hole well rich i'm pretty sure this player want to find free keep bee Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. Oh, terrific approach and a chance for Birdie here at the third. You know what? That deserves a golf clap. This one has eyes for the hole. Nooo. Hab ich gesehen. Hab ich versehen. Hab ich gemacht. Okay. Looks like they put a good swing on that one. That should find the short stuff. Okay. Huh? We're two wins so far this season. Oh, der kommt gut. Der kommt gut, Chad. Der kommt richtig gut. Nice. That's just inside the range. This one for back-to-back Birdies. Trying to get it to four under with this putt. It's tracking. Ho, 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 ho. So that's back-to-back Birdies. Nice. Two in a row. He's feeling it. He's currently tied for first. Here we have a long par four. It's gonna take two great shots to get on. Der wird sehr lang. Oh, that sounded absolutely flushed. Oh, der geht über die Kuppe. Der geht über die Kuppe. Der geht über die Kuppe. Der geht sowas von über die Kuppe. Oh, der geht über die Kuppe. Yes, 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 yes. Oh, der geht über die Kuppe. Come on, sit. They're well played. Already had a few Birdies today. Another opportunity for another one. Let's take a look. Get excited. Can you do it? Nice. Nice. Got to say, putting this well from this distance is a huge confidence booster. So, no change on the leaderboard for this player after that hole. Always positive coming off a Birdie. Let's see what happens here. Absolutely tattooed that one. Ich bin voll im Goldfieber gerade drin. Scheiße, die Tür zu, ey. Oh, 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 oh. Alter, verweilter, das ist aber auch, Mann. Jetzt müssen wir wirklich dann, also die nächsten Sachen ohne Hilfe spielen. Oh, der war zu wenig. Oh, nee, doch nicht. Yes. Holy shit, Alter. Viermal, viermal und der paar. Fünfmal sogar schon. Ich sag ihn mal, ey. Ich sag ihn mal, quicklearner, ne? Ich sag ihn mal, quicklearner, du. Du, in der Mitte. Colin Birdie Schlotten, ey. Da geht er rein. Grüß dich. Dann gibt's das Match gegen den Rächer. Ey, Toro hat da drauf keinen Bock. Toro hat da drauf keine Lust, ich hab mich schon gefragt. Also zumindest das letztes Mal, als ich das mal in die Runde geworfen hab, haben die Leute gesagt so, nee, Gott, was soll das denn? Voll scheiße. Voll scheiße. Keep it going. And they be feeling Boyd with confidence after that birdie. There's a good chance to maintain the momentum. Opting for the three-wood. Oh, shit, da ist er. Da ist er. Ja. 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 Da ist er. Da ist er. Da ist er. Oh, ha, 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 ha! In diesem Moment wünschte ich mir, ich hätte Clips angehabt, dass das jemand klippen kann. Ich habe keine Clips. Fuck. Er könnte, ne, ist alles gut. Okay. Getting ready to play their third. Danke an euch alle, für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, aus, peace, schubi, gut. Danke, Ditzel. 13 feet to the hole. Oh, der ist in Rindseppi, danke für 68, 78 Monate, vielen Dank. Yes. Holy shit, Alter, guck dir das mal an. Bis auf das erste Loch. Alles birdie unter. Also alles unter par. Oh, 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 oh. da muss ich kann ich mal dem kann er schreiben dass er davon highlight war da von der runde hier oh shit mit mausglitsch was ist ein mausglitsch ich bin mit maus ja und tastatur oh shit is right oh gott ist zum kotzen aus der zum kotzen he's gott just five feet away from the hole good stuff today especially the short game has been really sharp today ich weiß auch nicht warum da keiner die fahne raus sieht was alles arschgeigen sind was war das denn oh scheiße danke an euch alle für euren support und eure unterstützung und in diesem sinne sei jetzt ich bin weg hallo at dicey und chat das weiß ich also was da gerade passiert ist keine ahnung das war ein bisschen unklar, nicht wahr? und hier sind wir mit dem dritten Schuss choosing the nine iron here okay fck, dankeschön für 31, willkommen zurück, ich hoffe dir geht's gut oh, nice, gg's oh, oh hier kommen glaube ich noch mehr pflanzen als ein bisschen deko und dann habe ich mir noch was leckeres zu essen gemacht also für die umstände was leckeres zu essen und dann haben wir gestriebt heute und bis dato ist der stream echt 10 von 10 silky smooth silky smooth ist das par 4 oder par 3? par 4 ja par 4 glaube ich time for the second shot at the twill was macht seine tüche also geld ist jetzt erst mal alles da ich habe gerade erst mal alle rechnungen so bezahlt xeno und heute im baumarkt haben wir alles angeguckt jetzt muss ich nur noch jemanden finden der mir dabei hilft die küche fertig zu machen und dann werde ich fertig machen also ich musste noch alle sachen einkaufen also kaufen und dann habe ich eine küche wieder bist raus aus koden ja ich kann damit nichts an das macht mich wütend dieses game oder minus zwölf oder ich hätte war drei Oder die? Nice, Spitzendüge. das papier aber auch immer so einfach aus muss ich ja auch sagen mittlerweile das sieht ja nach im dritten turnier sieht das ja auch schon aus jetzt hätte ich mein leben lang nur gegolten da kommen wir mit dem nächsten kommen schon wieder auf dem grünen da sind wir beim nächsten schmierer drauf ok chen pass auf Ich weiß, dass ich mit dem Hybrid geht. Das ist ein guter Weg. Das ist ein guter Weg. Das ist ein guter Weg. oxia moin und dankeschön für den prime willkommen bei den offizieren wollte ich gerade sagen willkommen im stream und viel spaß ich bin sehr sicher dass dieser Spieler von diesem Berg auf der letzte Seite werden wir sehen, ob sie noch einen erzeugen können wo wir im Gegenwind uuuuuh der geht neee der geht richtig in die scheiße Oh, du geile Sau, ey. Du unfassbar geile Sau, du. Oh, ja. Oh, that was pure. This putt was about 15 feet to the hole. This one's on line. And that putt will drop, and he'll extend his lead. Nice. Nice to have that cushion. We're heading down to the last few holes. Currently 15 under par for the round. Three holes remaining folks, hang on your hats. This is gonna be my finish. Ich weiß nicht, vielleicht such... Gehe ich immer für diesen komischen Look. Lovely rhythm there, Rich. That's gonna work every time. Oh, it's gonna take the ball flight. Nicely done. Well, this is a little bit of a birdie blitz going on from the player. Can they make it up? Can they make it up? Absolutely. It's been a good streak late in the round. Oh, what a shot. You'll take that. Oh. Oh. Well, that was fantastic. What a shot from the leader. Using the big boy muscles to get it home in two there. Might it be nice to make this one. This one's for eagle. BAM! Eingeloght. Hohohohohohoho. And I don't give the rest of the field much hope to die. Gerade so sind wir noch in lead. Aber gerade so, Chad. Oh oh. Ting off here on the 17th hole. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg, tschüss, aus, peace, schubi, do, 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 Das war ein Hubsi, das war ein Hubsi, das war ein Hubsi, das einfachste Loch war ein Hubsi. Ich mag den Golf schon immer, aber ich habe nie Golf zu spielen. Der geht zu weit, glaube ich, oder? Tatsächlich nicht. Alter, minus 18. Minus 18. Da kannst du aber wirklich ein Highlight draus machen. Eieieiei, da habe ich aber ordentlich eine Reihe gedrückt jetzt hier. Good night for now. Bis zum nächsten Mal.